Früher ein Mädchen, das die Schule verließ. Sie hatte Moral, sie hatte Dissens, sie anstatt. Sie hatte Mütterlichkeit, potenziell in sich. Heute die meisten Mädchen, die die Schulen verlassen, was sind das für Mädchen? Nicht alle, die meisten. Es sind ausgefranzte Handfücher, aus der Sexualkiste der Hölle. Untertitelung des ZDF, 2020 Aus der sexualen Kiste der Hölle Aus der Sexualkiste der Hölle. Aus der sexualen Kiste der Hölle. Jetzt stehen die Frauen, sie werden sie erstmal ganz frei. Aus der sexualen Kiste der Hölle. Aus der sexualen Kiste Aus der sexualen Kiste Aus der sexualen Kiste Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020